Mein Job als Tankwagenfahrer macht mir echt Spaß. Also ich freue mich jeden Tag darauf, unterschiedliche Menschen zu treffen. Das Verhältnis unter den Kollegen ist wirklich klasse. Wir können uns immer aufeinander verlassen. Wir sind täglich für unsere Kunden auf Tour. Dass wir dabei pünktlich und freundlich sind, das versteht sich von selbst. Es gibt sogar Stammkunden, die direkt nach mir fragen, wenn sie Heizen über uns als Shell-Markenpartner bestellen. Vor Ort wollen Sie häufig von mir wissen, wie Sie clever heizen können. Neben den üblichen Tipps, also zum Beispiel richtiges Lüften, rate ich Ihnen dann immer zu einem besonders effizienten Shell-Heizöl, mit dem man sparen kann. Unsere Heizöle haben einen entscheidenden Vorteil. Weniger Schwefel bedeutet weniger Emissionen und mehr Sauberkeit in der Heizungsanlage. Wir sind sehr oft unterwegs in Gesprächen mit den Geräteherstellern oder auch mit Kunden. Und so finden wir heraus, was sind die Anforderungen an die Heizöle von morgen. Das ist etwas, was mich begeistert. Auch in 2030 wird Heizöl einer der wichtigsten Energieträger für uns alle sein. Ich bin täglich bei meinen Kunden zu Hause zu Gast und es ist natürlich klar, dass ich nicht mitten durchs Beet laufe. Ich muss meinen Job immer sauber erledigen. Vor Ort muss jeder Handgriff sitzen, denn Professionalität und Sicherheit sind für uns Fahrer bei jeder Lieferung wirklich das oberste Gebot. Kurz gesagt, wir müssen wissen, was wir tun. Im Jahr versorge ich fast 2000 Haushalte mit Wärme und das ist ein echt gutes Gefühl. Gibbinden Gebinden Untertitelung des ZDF, 2020